hey leute ich bin es wieder sam von 846.de und heute mit einem hausschuh und zwar von supersoft die supersoft pantolette oder pantoffeln je nachdem ja ist auf jeden fall sehr elegant und hat so einen schlichten design hier braun ich habe noch ein bisschen schwarz ja dann ist auf jeden fall leicht an und ausziehbar natürlich sehr wichtig für so ein hausschuh meiner meinung nach hier hat er auf jeden fall noch mal verstellbare schneiden für den festen sitz kann man halt verstellen auch sehr praktisch ja das obermaterial ist synthetik und das in material ist aus echt leder ist auch super cool die außensohle ist schwarz aus gummi und falls euch dieser schon gefallen hat dann klickt einfach unten in die video beschreibung da führt der erste link zu diesem artikel lasst doch mal ein like da die on feed aufnahmen folgen natürlich ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal